Die Base hat einer geplündert, bis zum Ende. Wie heißt es in einem Server? UKN oder UNK? Ok, wo ballert der? Airfield, let's go Süden. Wir gehen in Airfield gucken. Auf die Thürmer aufpassen. Gehen wir hier auf den Turm. Oh, bei uns ist es droppt, nice. Können wir gleich durchlaufen. Die Nachbarn. Run! Die Nachbarn! Achtung! Wo bist du? Da vorne. Ich kann das Gebäude nicht. Ich kann das Gebäude nicht. Aber das ist... Oh, hier kann man ja ordentlich streng campen. Jemand die Karten macht. GG. Mal gucken, ob der Drop schon aktiviert ist. Der Drop ist noch nicht aktiviert. Für den Aktivion. Okay, 15 Minuten. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Weil die Leute, die hier in der Nähe bauen, die kriegen natürlich einen Job nach Mannern ab, ne? Okay, also hier oben sieht man uns auf jeden Fall. Aber wir haben auch einen guten Überblick. Vielleicht kommen die zwei Sniper-Spieler, weißt du? Mit den AKs. Bist du unter uns? Nein. Okay, zwei Spieler unter uns. Einer hat einen Hit. Einer genau unter uns. Das sind zwei Spieler. Einer hat man's Jut. Oh, das sind vier Spieler. Das sind vier Spieler. Die jumpen runter. Kannst du oben abcampen, dass sie nicht hochkommt zu dir? Ja. Bist du untergejumped? Nee, nee. Okay, einer. Alles gut. Schießt du auf ihn? Nee, ja. Sag mir bitte, wenn du down bist. Ja. Hey, get out of there, man. Ich weiß nicht, ob man hier anders hochkommt. Ich glaube nicht. 4 Leute. You're trying to steal my drop? Okay, nice. Bei dir oben? Uh, alter. Ja, die werfen sogar nichts. Was, er hat nicht geschossen, oh mein Gott, ich habe nicht nachgeladen, der wäre tot gewesen. Er wäre tot gewesen, mein Fehler. Ich glaube, ich bin aber gut. Ja, okay. Schiss Sue? Ja, ja. Okay. Come on, pick again man, pick again. Oh, I'm gonna pick you. Ha! Oh my god, I almost fell down because of the lag. Did we hit someone? I tried so hard and got so far, but in the end, it didn't even matter. Okay, forget the rest of the song. So. Oh my god. Oh my god. Einer down? I don't know how many there are still here. Noch einer down? Oh my god. Oh my god. Oh my god. He's strong. Noch einer down? Hier oder so sind down. Vielleicht sogar mehr. Oh my god. Einer ist runter, die ist Sprüche. Ich bin da. Kommst du dir hoch? Down. Hast du Medix, Duff? Ich bin das. Hast du Medix? Ich bin da. Alles gut. Echt. Kommt einer, in unten. Schlampt wieder auf Dings. Kann man den looten oder nicht? Ja, schiebt richtig. Das ist auch super. Okay. Ich hoffe, wir haben hier oben schon eine Spritze. Dann haben wir gleich. Brauchst du Munition? Äh, ne erstmal nicht. Unten liegen vier Leichen. Wie bitte? Bist du ruhig? Ne. Vier Stück hab ich noch. Hier, warte. Komm her. Dann kannst du an Dings rumchen. Ich schlampt wieder aufs Dach. Ja. Hier liegen noch ein paar Tote. Keiner hat hier gelootet. Essen hast du auch nichts? Ich hab noch drei Mais. Okay, ich vermute mal, der, der die gelootet hat, gehört nicht zu denen. Geht ihr, ich komm mal runter, komm und die looten. Komm runter, wir looten die. Ja. Äh, Richtung Südwesten. Da, wo du denn gelootet hast, da siehst du mich. Ah, hier. Weißt du grad nicht. Ja, du bist da, glaube ich. Einer müsste entkommen sein, glaube ich. Wo bist du? Bist du drin oder draußen? Ja. Looten den noch. Hatten die Medicstuff dabei? Ja. Okay. Hatten die eine MP dabei? Ja, eine iPhone noch. Ja, ja. Looten auch die, äh, die Anzüge von denen. Ja. Oder soll ich mithelfen, looten? Ja, komm mal lieber. Okay. Gehst du die Deckung? Okay, komm mal, wir gehen wieder in unseren Turm. Ja, ist durch. Looten. Na, komm. Äh, wir gehen weg. Ja, nice. Okay, let's go. Top. Nach Norden. Gaun. Gaun. Loote den. Brauchst du Hilfe? Nee, Ja, sag ich. Das rückte ich nicht. Ich kann sonst looten, ne? Der hat nur Standard-Stuff. Ja, der ist nochmal eigentlich.